Wie kannst du sagen, dass du Birnen magst? Sie sind doch nicht alle von derselben Art. Selbst in einer Sorte gibt es solche und solche und welche mit Firmen und welche ohne Firma drin. Wie kannst du sagen, dass du Birnen magst? Findest du das nicht etwas allgemein gesagt? Du hast gesagt, dass du mich magst. Wie ich mit offenen Augen schlafe, wie ich erzähle, wie ich versinke in den Geschichten von damals als Kind. Du hast gesagt, dass du mich magst. Wie ich mit beiden Händen trinke, wie ich mit beiden Händen esse. Wenn es mir schmeckt, mir so gut schmeckt. Du hast gesagt, dass du mich magst. Wie ich nichts sage, wenn es zu viel wird, was ich sagen will. Wie ich es dann im Blick gepack, wie ich dann strahle. Wie ich mich dreh mit offenen Armen in Sonne und Wind. Du bist unschuldig, mein Kind. 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 Wie kannst du sagen? Ich bin doch nicht immer von derselben Art. Wie kannst du sagen, dass du mich magst? Magst du mich auch, wenn ich mit so an Augen schlaf? Wie kannst du sagen, dass du mich magst? Bis zum nächsten Mal.